Mann, hab ich einen Brand. Es war viel zu wenig. Einen Tropfen auf die heiße Stahl. Hallo? Hallo? Sind die am Pennen hier? Hallo? Was ist das hier für eine Modelladen? Warte, warte, ich hol Backs. Hey, was soll denn das? Spinner? Ja, ey, was soll denn das? Hallo, sag mal, bist du der Chef hier? Sag mal, hast du den Kühlschrank? Weil wir brauchen mehr Bier, ne? Nur mal, wir fahren ja nach Ballermann, ne? Jetzt kommen Sie bitte sofort hier raus. Aber ganz schnell! Hey! Das sollten Sie jetzt wirklich bitte nicht nochmal machen, oder Sie machen Sie strafbar. Sie bleiben jetzt bitte hier sitzen. Sie dürfen noch nicht mal in einem Notfall. Es ist ein Notfall. Ich hab voll den Durst. Ja, dann müssen Sie jetzt bitte noch ein bisschen gedulden, ja? Danke. War wohl nix, oh Tommy, hm? So nicht! So nicht! So nicht, wie exterminierst du das? Dann stellen Sie bitte noch ein paar Das Spiel vor,